Der erste Eindruck geschieht immer unbewusst und sekundenschnell. Ihre trockenen Fersen und die schmerzhaften Hornhautverhärtungen sind Ihnen unangenehm? Sind Sie Hühnaugen light, die in den Schuhen schmerzen? Oder haben Sie unschöne Nägel, die Sie daran hindern, offene Schuhe zu tragen? Setzen Sie dem Schmerz, der Unsicherheit und dem Versteckspiel ein Ende und entdecken Sie die Leichtigkeit moderner Pflege. Valumi, das revolutionäre Pflege- und Wellness-Set von Genius – gut aussehen gegen nie leichter. Das Valumi Pflege- und Wellness-Set vereint Jahre wissenschaftlicher und kosmetischer Forschung in ein leicht zu bedienendes System. Das weltweit erste Set seiner Art für sanfte Pflege mit Wohlfühlgarantie. Ihr Valumi-Set enthält den Hornhautentferner mit 234 speziell geschliffenen Mikroklingen aus rostfreiem Edelstahl in Ginox Qualität. Dieser entfernt auf sanfte, sichere und effektive Weise verhärtete, fettigte Hornhaut. Herkömmliche Produkte haben entweder keine Funktion oder es besteht sogar Verletzungsgefahr. Vorsicht! Hier tragen Sie in sekundenschnelle, unkontrollierbar gesunde Haut ab und können sich dabei schwer verletzen. Ganz anders Valumi. Hier wird sanft überschüssige Haut entfernt, ohne gesunde Hautschichten darunter zu verletzen. Das Ergebnis ist weiche, glatte Haut. Valumi trägt gleichmäßig und sanft ab. Professionelle Resultate, die sicher, schnell und präzise sind. Lassen Sie alte Werbemärchen einfach platzen. Vertrauen Sie Valumi. Sie werden den Unterschied sehen und spüren. Kein Aufrauen, kein Reißen. Mikroschnitte mit der Präzision eines Lasers. Trocken oder nass, entspannt auf der Couch oder in der Badewanne. Dank dem ergonomischen Design liegt der Hornhautentferner absolut sicher in der Hand. Und die innovative Kombination aus Klingenschutz und Sammelbehälter macht die Anwendung sicher und hygienisch, da die Hautpartikel direkt aufgefangen werden. Wo herkömmliche Produkte an ihre Grenzen stoßen, fängt Valumi erst an. Die Weltneuheit für punktgenaue Behandlungen. Der Spezialhornhautentferner mit seinen 160 speziell geschliffenen Mikroklingen aus rostfreiem Edelstahl in Ginox Qualität erreichen Sie ganz bequem alle Problemstellen rund um Ihre Zehen. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Brandneu und ebenfalls enthalten ist die fantastische Volumi Nagelfeile. Eine echte Sensation. Mit 10.000 feinsten Mikroklingen in Ginox Qualität maniküren Sie Ihre Nägel sauber, schonend und präzise. Nicht nur das. Entfernen Sie lästige Rillen und versiegeln Sie Ihre Nageloberfläche. Einfachste Anwendung für professionelle Ergebnisse. Zusätzlich erhalten Sie noch den professionellen Valumi Nagelpolisher mit drei verschiedenen Anwendungsstärken. Geben Sie Ihren Nägeln den letzten Schliff zur Perfektion. Und das ist noch nicht alles. Dazu kommt die hochwertige Nagel- und Hautschere mit geschwungenen Klingen für präzises Formen Ihrer Nagelkanten. Als Extrabonus bekommen Sie auch diese schicke Kosmetiktasche zum praktischen Aufbewahren Ihres gesamten Valumi Sets. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr persönliches Valumi Pflege- und Wellness-Set zu diesem absolut unglaublich günstigen Preis. Aber das ist immer noch nicht alles. Wenn Sie jetzt direkt bestellen, erhalten Sie auch das vielseitige 3D-Nagelknipser-Set absolut gratis. Der 3D-Knipser verfügt über einen ergonomischen Griff und eine einzigartige um 360 Grad drehbare Schneideinheit aus Edelstahl für präzise, professionell gekürzte Nägel. Die einzigartigen, abgerundeten 3D-Klingen passen sich dem Nagel perfekt an. Als perfekte Ergänzung erhalten Sie eine dreifach vergrößernde Lupe mit reflektionsarmer Glasoberfläche. Somit können Sie noch akkurater und genauer arbeiten. Das 3D-Knipser-Set im Wert von über 20 Euro jetzt für Sie absolut gratis. Valumi ist für wirklich jeden Hauttyp geeignet. Ob für ein intensives Pflegeprogramm oder für zwischendurch im Alltag. Vielleicht sind Sie Mutter und haben keine Zeit für den Besuch im Kosmetiksalon. Oder haben als Rentner keine flexiblen Möglichkeiten. Mit Valumi gewinnen Sie Lebensqualität durch ein gepflegtes und gesundes Äußeres. Eine einzige professionelle Pediküre oder Maniküre im Kosmetiksalon ist unglaublich teuer und kostet zudem viel Zeit. Gönnen Sie sich jetzt die Valumi-Pflege und genießen Sie Profi-Resultate, wo immer Sie möchten. Bestimmen Sie einfach selbst Zeit und Umfang Ihrer Behandlung. Rufen Sie jetzt an und erhalten das komplette Valumi-Pflege und Wellness-Set zu diesem unfassbar günstigen Preis. Warum sich mit rissigen Fersen quälen, wenn Sie wunderschöne Füße haben können? Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Zeigen Sie der Welt Ihr gepflegtes, strahlendes Volumi-Ich und fühlen Sie sich einfach wohl. Präzise Anwendung, sichere Arbeitsweise, perfekte Ergebnisse. Ganz einfach selbst zu Hause. Genießen Sie diesen Luxus und freuen Sie sich auf ein gesundes Wohlgefühl, mit dem Sie Ihre Attraktivität mit Leichtigkeit enorm steigern werden. Dieses unfassbare Angebot bestehend aus dem Hornhautentferner, dem Spezialhornhautentferner, der Nagelfeile, dem Polisher und der Nagelschere, der Kosmetiktasche und dem 3D-Knipser mit Lupe. Dieses Set hat einen Wert von weit über 80 Euro, aber Sie erhalten es jetzt für diesen unschlagbar günstigen Preis. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr persönliches Valumi Pflege und Wellness Set. Bestellen Sie vollkommen ohne Risiko. Mit 30 Tagen Geld zurück Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie das Valumi Set einfach zurück. Unsere Bestellannahme ist jetzt für Sie da. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem Online unter www.genius.tv Untertitelung des ZDF für funk, 2017